So Leute wieder eine neue Folge Battlefield Heroes hier Wohohohoho Here are some enemies Ähm ja Jetzt ist schon lange keine neue Folge mehr hochgeladen worden Da habe ich Renke gesagt, das geht so nicht, du musst einen aufnehmen jetzt Was? Ich habe dich gerade eben angesprochen, dass wir einen aufnehmen müssen, du Schmungen Nein, da rede ich schon seit 5 Tagen von Das glaubst du Ähm ja, lag irgendwie daran, dass erstens irgendwie ich im Moment nicht so viel BV spiele Und zweitens habe ich auch ein bisschen Stress, ich habe jetzt gerade relativ viele Klauseln in der Schule Und ich weiß nicht, ich nehme allgemein so viel nicht auf in letzter Zeit Und Martin an sich Excuses Ich meine ich hatte diese Woche ultimativ wenig Zeit, ey Ja Also wir haben beide eigentlich wenig Zeit und ähm ja Dann kam irgendwie dazu, dass wir keine BV-Folge hochgeladen haben und ähm Door Es kommt aber zu mal vor Ne Äh ne Das wäre ich total Ja, ähm, jupp 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 Ja hier, 21o, 1o, 21o ist auf dem server Îhm mal für eine Aufnahme Ähm ja genau ich wollte ich diese hat kommen wir mal zeigen dass sie ganz cool aus oder hat man auch nicht gesehen so ein netter robo helm ist das der ist aber als garf habe ich noch die maske drauf über und diesen helms ist echt eine coole combo wusstest du dass der sex von folgen so langsam ist also bis zu 42 stunden dauern kann ich habe das schon mal gehört finde ich ein bisschen witzig faultiere sowieso beste tiere ja sind wirklich besser die sind echt gar nicht meister voll geil wenn die so lange ficken können das ist ja schön ja vor allen dingen das ist ja für die so wie lange war es war zwei tage 42 stunden also fast zwei ganze tage durch nach der zwei fast zwei ganze tage lang durch einfach mal komplett mit hormonen und so ne you know ja aber trotzdem sind die ja so slow ja am besten ist immer das von folge dieses dieses foto mit dem mit dem war sind ja auch ein foutier das war ein foutier der sie an den nippeln rumspielt da weiß ich nicht also das gif von folge damals in skype ach so gif auch genannt ja ich weiß ich wollte es gif aussprechen es wird aber gif genannt deine mama wird gif genannt nein dies ist nämlich auch nur eine reihe von bewegenden bildern 6 6 6 6 Wohlkauf Nicke bei Herbund die Runde ist schon vorbei Martin muss bei allen und an fortschrittlichem voll da 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 die Runde war relativ knapp wir haben zwar drei Flaggen aus 2 zu 0 dann ausgegangen also schon ne nette Runde ja muss man sagen freilich ne super Runde ja also Martin und ich haben schon festgestellt dass egal auf welche Seite des Wars wir joinen die Seite verliert wir entscheiden uns jetzt einfach mal nächsten War als National zu fighten und ich wette dass genau dann die Royals gewinnen weil diesmal mit Royals gekämpft also so wie die letzten beiden Male auch ok ne ich hab einmal gefailt und hab aus Versehen National gedrückt hab dann sogar gewonnen aber auch kaum gespielt ähm ja gut das ist immer so ne Sache also wenn ich war und ich hatte auch schon mal einen gewinnen so da ich auch wenig relativ wenig gespielt und ja so mach so we start a brand new day we start a brand new day genau so bad ich wollte nur eine schöne aufnahme machen wahrscheinlich viel zu spät dafür ich meine irgendwie nehmen wir nur zu fortgeschrittener zeit auf oder weil wir vorher real-life shit machen was ist dieses real-life weiß ich nicht, shit mal link so wo seid du dir hingegangen oh ich fasse es nicht wieso komme ich denn nicht auf deinen Serber auf meinen Serben auf deinen Serber weißt du nicht, wieso ich das sage? na, ne, achso, ne, weil sie nicht weil, äh, ich... lol die Dings? äh, ne, so ein Typ ist gerade, ähm hat sich hochgeschossen, also na egal, ich weiß nicht, er ist einfach gestorben beim Hochschießen das ist irgendwie lustig achso, ich dachte gerade schon, du willst mich verarschen ähm, äh, äh, was ich sagen wollte ich hab irgendwann mal geschrieben Serber und hab dann halt statt V auf das B gedrückt und das fand ich irgendwie zu dem Zeitpunkt so witzig dass ich jetzt immer Serber sag ah, da war, glaub ich, ein Gegner achso, ja, nett und mich erinnert das irgendwie mal an Serben also, Serber, so Serb ja, ja, ist klar das ist dann, äh, die andere Seite der Medaille quasi ja, genau um es mal ganz philosophisch auszudrücken richtig Martin Schein anscheinend in diesem Let's Play nicht wirklich mitspielen zu können. Ich spiele nicht aktiv mit, ich unterstütze dich einfach nur seelisch. Moralisch? Nein, geistig. Psychisch, okay? Na, komm schon. Oh man, ich wusste genau, dass ich nur ein Asi dafür bekomme. Es war so klar, dass ich den nicht bekomme, obwohl ich den so schön urgeschossen habe. Das war so awesome. Im Weg geblastet werden, hab ich ihn dann mit dem RPG getroffen und den boom hochgeballert und yay. Das war einfach nur awesome. Klassant, Dreck, möchtest du vielleicht mehr darüber erzählen? Nein, wir lassen das Thema. Okay. Jo, und ich bin wie auf Wunsch, bin ich jetzt hier Royal Gunner. Jo, ich hab mal Savage genommen, weil ich letztes Mal immer Precision genommen habe. Und ja, noch ein bisschen was neu ist, man hat dieses den coolen Hut, diese coolen, wie auch immer Maske oder was auch immer, wie man es nennen soll, hab ich ja bekommen. Und ja, ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was euch bringt, dass ihr einen Screen mit irgendwelchen Leuten habt. Das ist so irgendwie, hm. Was für ein Ding? Screen, also ein... Screenshot oder was? Ja, ja. Screeny. Ja, ist doch total unnötig. Ich weiß auch nicht, aber das habe ich schon vollläufig gelesen, das ist nicht unbedingt auf mich bezogen, sondern allgemein. Das ist irgendwann Scream mit ihm haben will, so mit, was weiß ich, Fireflash, Gamer oder Nitro oder sonst was. Ich meine, so viel bringt einem Screen jetzt auch nichts. Du kannst es GG-like machen und einfach Mustang-Two-Gunner töten und dir dann den Screenshot davon machen, wie du ihn getötet hast. Ja. Und nicht grad T-Bags. Nee, aber, ähm, ich meine, wenn man ihn als Freund hat, ist das ja vielleicht nett, dann kann man immer mit ihm zusammenspielen, aber, lol, zwei Gunner gegen mich. Das war dreckig von hinten auch. Ähm, dann kann man mit ihm zusammenspielen, das ist ja immer lustig, weil die dann halt eben gut sind und so, ne, aber, ich meine, das bringt ja irgendwie nicht wirklich was. Kannst sagen, oh, ich hab ein Screenshot von Nitro oder so. Und so, yeah, ich bin cool, aber, naja, weiß ich auch nicht. Oh, Renke, du bist so cool. Mensch, schönes Kinder, hast drei gegen mich. Was sagt er für eine Schiete? Und Martin, du bist immer noch nicht auf dem Server. Ne. Wie lange geht in die Runde, also wie lange geht die Aufnahme jetzt schon? I don't know, man. Kann ich ja nicht sagen, ich nehme mit Frips auf. Down. Okay. Die Solo-Live, Erbon. Blastik. Ne. Erbron. Ah. Dammit. Ne, wie war ich die Runde auch nicht, dass es entwickelt sich wieder zu so einem blöden Camper-Game. Alle sitzen in der Stadt und, ja, schwuppen da rum und schwuppen da rum und... Er ist ja so. Lol. 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 Ränk up. Ränk. Ränke ist up. Ränke ist wach. Ränke ist wach. Er, 그 kirk. Ränke ist wach. Ränke ist wach. Ränke ist wach. Ränke ist wach. Prozent ein Kohl ich habe sie mal lebt bis zum Ende der Runde Euro aber ich will nicht bin ich gestorben Prozent ich habe auch so behinderte Reine Hörer ich weiß KK wie so Pro alle verloren wenn du noch mal machen zum Extended Cut ne dann hat Martin mit dem heute mal nicht mitgespielt gut wenn man in den Cut läuft bis zur nächsten Folge haut rein tschau tschau